Jo, und damit begrüße ich euch zurück zu einem neuen Part von Neo Super Mario Galaxy, mit dabei der gute Andy Gamer. Jo, und wir machen jetzt hier bei irgendeinem Quatsch weiter, ich hab keine Ahnung was. Wir haben ja noch so ein paar lustige Sterne hier, die wir eigentlich holen müssten. Ach, die Schrecktanz-Galaxie macht doch Spaß mit den lila Münzen. Ja, oder die hier, die Drehwurm-Galaxie, ich werd mich jetzt erstmal um die hier kümmern. Der eine oder andere weiß es ja noch, vor ein paar Tagen oder Wochen besser gesagt, wo ich mich schon mal bei diesen Leveln rumgequält habe. Und wahrscheinlich heute wiederum mich rumquälen werde. Nur irgendwann muss ich es ja mal machen. Ach, dieses Ding bringt einen schon von sollten. Ja, ich hab ja mal überlegt, vielleicht das irgendwann mal offscreen zu machen, beziehungsweise halt für mich selber in ziemlicher Stille. Und dann zu schauen, wie mach ich das denn jetzt schon wieder? Gute Frage. Ja komm, dann hit mich noch einmal. So, dann kassier ich halt eben den Hit. Dann komm ich halt wenigstens rüber hier. Wie gesagt, ich muss gestehen, meine Übung ist jetzt auch wieder um 50% wahrscheinlich auch wieder weg, würde ich sagen. Weil es ist schon ein bisschen was her, dass ich das Spiel jetzt hier aufgenommen und gespielt habe. Aber gut, bisher komm ich irgendwie so mehr oder weniger dahin. Irgendwann muss ich dieses Projekt ja auch mal beenden, würde ich ja mal so sagen. Ha, aber das Projekt macht ja Spaß, ne? Ja, definitiv. Also momentan machen mir eigentlich andere mehr Spaß, muss ich gestehen, aber... Hey, aber bei dem hier bin ich dabei. Ja, es liegt ja nicht an dir, es liegt ja wegen dem Spiel an sich. Dass du ja dabei bist, finde ich ja cool. Dass ich wenigstens jemanden dabei habe, der mir wenigstens ein bisschen moralische Unterstützung hier bei dem Quatsch hier liefert. Aber gut, wie sagt man ja so schön, Übung macht den Meister, wobei ich bestimmt gleich wieder Game Over gehe wahrscheinlich. Nee, du schaffst es jetzt in dem Try einfach. Ja, zweifelig. Nein, keine negativen Gedanken. Sonst wird es erst recht nix. Du musst dir jetzt denken, du bist der beste Gamer auf der Welt und machst es jetzt locker. Wenigstens klappt das momentan hier schön mit dem Rückwärtssalto, beziehungsweise da jetzt eher nicht so ganz, aber okay. Die kommen haut ab. Kannst ja auch geduckt rennen, dann geht es noch langsamer. Die rennen ja dann auch geduckt. Kannst ja auch mal machen. Oh Gott. Ja, stimmt, da hast du recht. So ein bisschen werden die dann auch langsamer. Ja, dann sind sie alle weg, dann kannst du da locker hingehen danach. Da komm ich da nicht hin, das kann doch nicht sein hier. Dann mach das eben von da aus. Alter, krass. Meine Güte hier. Krasser Spiel. So, jetzt kommt der lustigste von allen Ebenen hier bei diesem Level. Diese lustigen Bauklötzchen-Plattformen. Jake spielt halt immer noch gerne mit Bauklötzchen. Ja, natürlich. Okay, das geht aber auch. Jetzt kommt die Stelle hier mit den Zahnrädern. Auch wenn er nicht so ganz so will, wie ich will. Ja, eigentlich meine, das ist eigentlich gar nicht so schwer, aber... Ja, weil die da ja auch so fahren, dann in der Luft. Ja, aber gut, jetzt hab ich's irgendwie hingekommen. So, Mario, bitte. Die letzte Ebene hier. Ich bitte dich. Okay, ich bin da hochgekommen. Nicht rutschen, Mario, bitte da nicht rutschen und da auch nicht runterkommen. Es ist so blöd, sich da festzuhalten. Man hat da irgendwie nur eine Sekunde Bruchteilzeit, um dann wieder auf die nächste Seite zu springen. Ja, das ist echt tief. Das ist so doof gemacht. Das war selbst bei Sunshine besser gelöst. Da hat man noch ein bisschen mehr Zeit gehabt. Aber Sunshine wurde ja auch professionell entwickelt. Das hier ist ja nur so ein Fan-Ding. Ja. Gott, ob ich da noch draufkomme? Okay, ich komm noch drauf. Gut zu wissen. War ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber gut, würde dieser andere Teil hier nicht mehr sein? Weil den kenn ich jetzt mittlerweile in- und auswendig, diesen Teil hier, dieses Levels. Ja. Es ist nur diese eine Balken, dieser komische Klotz-Balken, der so nervt. Ja. Weil die Stelle natürlich auch noch ein bisschen dreckig ist, aber... Ja, schon. Im Gegensatz der anderen... Ich hab das ja von hier aus gemacht. Kann ich hier einen Wandsprung machen? Ja, wie gesagt, dieser Teil hier, der ist mittlerweile so einfach bis zum Geht-Nicht-Mehr, aber... Ja, aber die drehenden Bau-Klotz-Teile sind schwer. Da und jetzt bin ich schon wieder fast nicht hingekommen. Das ist so doof. Und eigentlich wär ich ja noch auf die Plattform gelandet, eigentlich. Ja, dachte ich jetzt auch gerade, dass du da unten landest. Oh, okay. Dann werde ich halt eben von dem Strudel erfasst. Also von dem schwarzen Loch erfasst. Okay. Aha. Und genau deshalb meinte ich eigentlich, wäre es vielleicht besser, das, äh... Vielleicht ein bisschen mehr Konzentration zu machen. Wenn ich dann, äh... Gott, ab der Sprung... Ja, war mir klar, dass der Sprung nix wird. Leck ich dich etwa ab? Nein, du nicht. Das Spiel. Und die Uhrzeit. Ja, gut. Das stimmt. Aber gut. Ich muss damit jetzt leben. Sagten die Zeit. Auch wir sind schon wieder bei guten sechs Minuten. Das hab ich in diesen sechs Minuten geschafft. Gefühlt gar nichts. Naja, ein spannenden Versuch, wo du es fast geschafft hättest. Äh, immer diese, dass die Kamera sich auch hier jedes Mal von selbst umdreht. Das ist auch so unheimlich nervig. Oh, klar. Das hätte man bestimmt auch eigentlich anders machen können, bestimmt. Aber okay. Das ist einfach voll nice, wenn man da voll auf sich diese Wandsprünge da spart. Ja. Aber so macht's auch irgendwie einfacher, weil irgendwie... wenn man Sunshine gewöhnt ist und dann hier dieses, äh, hier die Wandsprünge machen muss, ist das komplett andere Welten. Würde ich so sagen. Vor allem dann immer diese komischen Säulen, die auf diesen Bauklötzen drauf sind, die nerven auch mal. Ja. Die nerven total, weil die irgendwie gefühlt immer genau in meiner Sprungrichtung sind. Ja. Ist ja nicht irgendwie ein dummer Zufall oder so. Ob du mich jetzt schon wieder getroffen hast. Oh, dumme Kamera. Äh, okay. Halt dich nicht fest. Weißt du, die berühren, die berühren mich gerade einfach mal so. Oh Gott. Jetzt spannende Stelle. Oh Gott, okay. Ich hab auch so einen kleinen Trick gesehen, den ich vorher noch nie gemacht habe mit mehreren Sprüngen. Schnapp dir den Stern. Ja. Oh, nice. Oh Gott. Hättest du es dann doch vor einem Game Over sogar das geschafft. Oh Gott. Boah, mein Annalinenpegel ist auch jetzt, als ich auf diesen Ding gekommen bin, bis ans Maximum angestiegen, muss ich gestehen. Glaube ich. Oh Gott. Aber ich hab keine Lust, das jetzt nochmal zu machen, tatsächlich. Was willst du? Du möchtest mir schon wieder sagen hier, ich mach schon wieder zu lange. Ja, du hast mitgemacht, auf jeden Fall. Was jetzt witzig wäre, wenn du es so geschafft hättest, dann wäre das Spiel gecrasht und du müsstest... Äh, also dann hätte ich vielleicht echt überlegt, zu sagen, das wäre das Ende dieses LBs, tatsächlich. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Also dann wäre vielleicht bei mir Ende gewesen. Ah, aber gut. So, wir haben in 10 Minuten das geschafft. Vielleicht haben wir jetzt auch die positive Energie, dass wir jetzt auch dieses Level vielleicht schaffen. Mal sehen. Ich bezweifle es zwar so ein bisschen, aber... Oh, hurra, wenn ich das Level schon wieder sehe. Ja. Genauso geht's mir auch. Genauso geht's mir auch und nicht anders. Ich höre sogar deine Ticken der Fernbedienung. Mhm. Ich hab's ja absichtlich ja so laut gemacht, damit ich ja auch gar nicht, äh, das nicht überhören kann. Aber wenn ich selber rede, dann ist die Wahrscheinlichkeit, das zu überhören, recht hoch. Das ist einfach so nice. Ich höre die Musik nicht, aber durch deine Fernbedienung habe ich trotzdem den Rhythmus. Okay. Warum hörst du den Ton nicht? Eigentlich sollst du den hören. Nee, den Ton hör ich nicht. Hab ich eigentlich so eingestellt. Wie sonst auch eigentlich immer. Guck ich gleich nochmal. Sollte ich, äh, wieder sterben? Oh, Gott. Aber das ist witzig, weil ich den Rhythmus ja trotzdem zumindest hab nicht stehen. Ja. Mhm. Ich bin gespannt, wann ich dieses Lied dann sogar im Schlaf dann mitsummen kann. Mittlerweile so auf, wie ich in diesem Level bin. Jake im Schlaf summt erstmal die Musik der Galaxie. Ja. Dieses düdüdüdüdüdüm. Düdüdüdüdüdüm. Ding, ding, ding. Ja. Ja, und natürlich noch von lila Münzen. Die kommen natürlich auch dann in dem Traum vor. Ja. Dann bist du selber in dieser Welt und denkst dir so, oh nein. Ja. Wer hat mir das angetan? Denkst du dir, lass diesen Albtraum schnell zu Ende gehen? Ja. Vor allen Dingen wär ja wenigstens das noch so halbwegs anspruchsvoll, aber die ersten, ich würd mal sagen, die ersten 70 von den Dingern sind einfach mal so langweilig eigentlich. Weil es immer dasselbe ist. Aber die letzten sind dann halt fies. Ja. Und das ist das eigentlich, worauf dieses ganze, dieser ganze Heg eigentlich, hab ich das Gefühl, so drauf abzielt. Auch fies sein. Ja, und dass man alles dann nochmal, nochmal doppelt und dreifach machen kann. Ich finde, sie hätten es, äh, Salty Galaxy nennen sollen. Ja, und nicht Neo Galaxy, aber gut. Salty Galaxy ist voll der coole Name. Ja. Jedes Mal, wenn du stirbst, wird dann so ein Salzstreuer angezeigt. Ja. Genau. Und dann einmal halt eben zwischenlanden. So, und dann wieder ganz hoch. Wunderbar. Komme ich eigentlich da mit einem Seitwärts, ja, komme ich mit einem Longjump darüber. Okay, gut. Ja, wie gesagt, der leichte Teil dieses Devils wäre jetzt abgeschossen. Jetzt kommt das Übel. Ja, jetzt kommt der böse Teil dieses Devils. Der absolut böse Teil hier. Ja, weil die Sprünge halt so krass getimed sein müssen. Ja. Das ist kein sicheren Boden. Oh Gott, das sagt schon wieder, jetzt würde ich zu früh abspringen. Ich dachte es auch, aber das war knapp. Ich habe jetzt schon schwitzige Hände. Oh, komm, der letzte Sprung. Nein, 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 stopp, 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 stopp. Oh, Alter, war das gerade knapp. Oh Gott, hol den letzten Münzen, Mario, und bereitet dir mein Ende. Ich glaube, also, ich sage noch nichts. Ich will noch nichts sagen. Ich sage noch nichts. Ich glaube, ich weiß schon, was du sagen wolltest. Ja, ich habe das tatsächlich hier in First Try jetzt geschafft, tatsächlich. Aber ich wollte jetzt echt noch nichts sagen hier, weil wenn ich jetzt doch sterbe, dann, äh, nee. Dann werde ich jetzt heraufbeschworen. Das wäre echt Karma dann gewesen. Ja, aber tatsächlich muss ich sagen, vielleicht tust du eine Pause vielleicht dann doch mal ganz gut. Ja. Du bist heute deutlich besser durchgekommen durch die Lave. Ja, naja, gut, beim ersten muss ich mich erstmal wieder reinfinden, aber jetzt hier, also, krass, würde ich mal so sagen. Bei dem anderen, beim letzten Mal hat es halt gleich auch die Motivation gefehlt dann am Ende. Ja, das könnte sein. Gut, jetzt war eigentlich nur noch die Frage, nachdem wir halt nur noch das Endcastle hier haben, wo, ja gut, ich glaube, hier war das ja noch, wenn ich mich richtig entsinne, hier, dass wir irgendwie ein Feuer, irgendwas mit Feuer machen mussten. Ja, der Buhu hatte irgendwie den Stern und man sollte den irgendwie mit der Feuerblume, glaube ich, treffen. Ja, dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal hier rum auf jeden Fall. Mal sehen, ob wir vielleicht noch was anderes hier schaffen in dem Part. Aber hätte ich nicht erwartet, dass wir da mindestens zwei Sterne hier haben, vielleicht sogar den dritten. Ich gehe mal sogar aus auf den dritten hier. Ja. Aber warte, ich will ja, muss ja gucken hier wegen der Musik hier, die schöne Musik hier. Nö. Hörst du ihn jetzt? Nee. Ich drücke auf diesen System-Sound freigeben, aber irgendwie tut sich da nix. Komisch, aber ich habe eigentlich auch nichts deaktiviert, also ich habe einen normalen Sound auch an. Hm, komisch. Naja, gut, da muss ich jetzt... Muss ich nicht diese schöne Musik hören, nein. Ja, das war eigentlich komisch gerade, keine Ahnung, weil sonst hat das ja eigentlich immer geklappt, dass ich dir dann auch die Musik zukommen lassen kann, aber... Keine Ahnung, warum das jetzt nicht geht. Ja. Hm, 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 hm. Ne, hört sich aber schlecht an. Nein, das wird sich super am besten. Äh, 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 äh. Jetzt muss ich nur mal gucken hier, wo die Feuerblume ist, weil ich habe gerade keine Ahnung, wo diese Feuerblume sein soll. Also ich weiß nicht, ob man sie unter Wasser findet, indem man eine Truhe öffnet, aber es kann ja sein, dass du mit dieser großen Münze da irgendwo sie aktiviert hast. Das kann sein. Ich habe jetzt eigentlich auch gedacht, aber irgendwie sehe ich hier nichts. Ja, gut, ich glaube, wenn, dann ist die eher über Wasser, die Feuerblume. Ja, ich hole mir jetzt erstmal hier so, so ein, äh, so ein Panzer hier, wobei der natürlich wieder schön, äh, bewacht wird. Ja. Oh. Dankeschön. Ja, ich habe jetzt den Panzer wieder verloren. Ach komm, ich war doch schon längst weg. Ich habe den noch gerade geschnappt. Ach, und jetzt bin ich Game Over, cool. Vielleicht war es Marius gelangweilt, blickst du geil gerade. War mir das nicht so ernsthaft. Ja, ich habe wieder was mitgemacht. Ich könne mir natürlich eine Auszeit in fünf bis zehn Minuten, aber jetzt nicht. Oh, shit. Ja, unnötig. Ach, dann kann ich mir aber neue Sternteile holen. Was mir auch immer die Teile noch bringen sollen, weil ich eh, glaube ich, nicht weiter mehr kommen kann, aber. Ja, ich glaube eh, dass es nach der Burg vorbei ist dann. Denke ich auch. Oh, dann habe ich auch genug hier mitgemacht, weil bei diesem Spiel. Jetzt steht dir vor, danach kommt noch eine Ultimativ-Challenge-Galastie. Ja, wer weiß, auszuschließen ist es ja nicht tatsächlich. Ja, vielleicht, wenn man alle Sterne gesammelt hat, alle Power-Sterne. Aber dann quittet Jake. Rage quittet also nicht. So, dann gucken wir jetzt mal hier. Dann lasst mich in Ruhe, ihr zwei Blooper-Lines. Ja, er hat wieder gesummt. So, und wo ist jetzt die Feuerblume? Vielleicht auf dem Schiff irgendwo so. Ja. Ja, da ist sie in der Mitte. Ach so, und er hat den Stern. Ja, okay, dann... Das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Verfolgt der Bub mich noch? Ja, dann verfolgt mich doch noch weiter hier. Das ist gut. Dann kann ich die schon perfekt zur Feuerblume mitnehmen. Aber ich wusste gar nicht, dass man die Bubus mit Feuerblumen besiegen kann eigentlich. Das wusste ich tatsächlich auch noch gar nicht, aber... Vielleicht haben sie das hier geändert. Ja. Kommst du auch mal... Oh, du musst hochkommen. Huch. So mit. Ja, komm. Dann hast du mich halt getroffen. Du, komm mit. Du, komm mit hier hoch. Ja, du kannst auch die Feuerblume da hinnehmen und dann ihn abschießen. Ja, ich denke, von der Distanz sollte das wohl klappen. Mhm. Ja, man muss nur gucken. Ich glaube, das ist die Schwierigkeit hier, glaube ich, weil... Meinst du, man soll schießen und sich dann wegdrehen, dass er sichtbar ist? Ja, das könnte vielleicht sein. Das wäre ja mal richtig fies. Ja, wobei, jetzt kommt er natürlich nicht hier hoch. Ja, das ist so. Aber du kannst mal die blauen Flammen wegdrehen, dann kriegst du gleich eine Münze wieder. Ja, das stimmt. Ja, das ist jetzt natürlich nur blöd, dass der jetzt nicht da hochkommt. Na gut, ich glaube, sonst musste man die ja tatsächlich nur, ähm... Oder hast du irgendwo so ein Licht, wo du den hinlocken könntest? Ja, nee, man muss es doch so machen, hier, weil dem hat es geklappt. Ansonsten hätte ich jetzt vielleicht versucht, ihn irgendwie wegzulocken. Ja, okay, man muss es tatsächlich so machen. Sich umdrehen und dann, äh... Werfen, dann umdrehen tatsächlich. Ja, war neu, dass man die mit Feuerbällen besiegen kann. Ja. Also eigentlich gehen ja Buhens immer mit Dings, mit Sternen am besten. Ja, aber ein Licht gab es hier, glaube ich, nicht deswegen. Ich glaube, das war die einzige Möglichkeit. Aber gut, umso besser. Ich fand es auch gut, dass der Buh sich direkt bei mir gezeigt hat, dass ich ihn nicht nochmal doof suchen muss. Ja. Er dachte sich so hier direkt, nimm den Power-Stern halt. Ja, genau. So. Haben wir jetzt nicht die Galaxie komplett? Gibt es da noch einen Stern, oder? Nö, ich habe alle drei. Ja, die Kometen-Münze fehlt. Ach so, Kometen-Ding. Ah, okay. Ja, will ich ihn noch holen? Ja, komm. Ich denke mal, viel mehr schaffe ich eh nicht. Dann suche ich jetzt noch Sternen nach der Kometen-Münze, weil ich keine Ahnung habe, wo die sein soll. Ich vermute mal, die wird unter Wasser sein. Ja, vielleicht in einer dieser Truhen. Ja. Können die in Truhen sein? Keine Ahnung. Also eigentlich war es früher nie so, aber es war ja auch nie so, dass man eigentlich Buhus mit Feuer kleben konnte. Okay. Also von dem her kann man das eigentlich auch nicht ausschließen. Ja, das stimmt tatsächlich. Kannst du den Panzer mitnehmen? Ja. Das sollte ich dann eigentlich, wenn mich diese... Ja, genau. Warum mal die eigentlich auch hier drüber laufen können tatsächlich und sich natürlich wieder super nett die Kamera ändert. Aha. Egal. Lass ich mal so stehen. So. Wo ist die Kometen-Münze? Das ist so eine Kiste. Das könnte auch sein. Ah, ich würde erst mal sagen, ich schwimme erst mal so hier rum. Wobei, die kommen doch immer wieder tatsächlich an ihren Ursprungspunkten, ne? Ja. Äh, äh, Panzer. Ja, die respawnen eigentlich immer an ihrem Ursprung. Okay. Also jedes Mal, wenn wir wieder hochschwimmen, um so ein Ding zu finden, das kann ja was werden. Oder halt unten den roten Panzer bei den Typis wegnehmen. Ja, aber das ist mir zu riskant. Da passiert wieder das wie vorhin und dann nehme ich mir lieber doch ein bisschen die Zeit. Sonst hat Mario wieder gelangweilt. Ja. Alter, was war mit der Kamera gerade? Ja, das... Die Kamera in dem Spiel, die ist sowieso... Die hat ihre eigene... Ihre eigene Physik. Ja. Aber warte mal, ich habe da irgendwie noch was gesehen. Irgend so ein komischer Typ, der... Ah ja, er hier mit seinen... Der hat auch einen Panzer. Aber ich denke mal nicht, dass der irgendwas zu bedeuten hat. Ich hatte jetzt erst gedacht, irgendwie, dass der was zu bedeuten hätte, aber... Oder vielleicht da links den Buhu-Kreis töten? Mit dem Licht des Panzers? Buhu-Kreis. Hm, da ist ein Buhu-Kreis. Meinst du die hier, oder...? Ach so, das sind Quallen. Ach so. Das sind voll aus Buhus. Na, ha, ha, ha. Hät sie voll. Ach, bei der Musik... Kann man auch irgendwie Lust tatsächlich auf das Spiel. Und kann man so halt... Ich höre die Musik nicht. Ha, 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 ha. Ich bin salty. Nein, Spaß. Aber du hast ja noch in Erinnerung... Ja, aber das sind trotzdem Buhus, sehe ich gerade rechts diesmal von dir. Das waren aber sicher Buhus. Ja, so ein paar habe ich ja auch schon gesehen. Ja gut, ich kann sie ja mal tatsächlich mal kaputt machen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das... Nee, bringt mir nichts. Oder wenn du das Schiff sprengst mit diesen Minen. Da gab es, glaube ich, mal sogar irgendwas in dem alten Galaxy, auch in einem Teil irgendwas mit... Wenn du das so gesprengt hast mit den Minen. Müsstest du halt den Patsch... Ja, tatsächlich. Also das ist... Ja, tatsächlich, du hast recht gehabt. Nice. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Jetzt weiß ich auch, warum du dabei bist. Naja, es ist halt auch in den alten Galaxies mal irgend sowas mit dem Schiff gewesen. Ich glaube sogar, es war auch eine Kometenmünze. Oder es war ein Geheimatstern. Speichert das eigentlich, wenn ich den Kurs verlasse, die Kometenmünze, muss ich den Stern jetzt hier einsammeln. Das weiß ich nicht. Du könntest ja mit der Feuerblume wieder einfach schnell diesen Buhu töten. Ja, das denke ich auch. Das mache ich da. Das geht schneller, als wenn ich jetzt hier die ganzen Silbersterne einsammle. Ja, auf jeden Fall. Ich könnte mir zwar muten, tatsächlich, dass man das nur so die Kometenmünze speichern kann. Ja. Nicht, dass du am Ende wieder das machen musst. Ja. Gut, jetzt weiß ich ja zumindest, wo sie ist, aber... Aber ich glaube, da wäre ich echt nicht so auf die Schnelle gekommen, tatsächlich. Also, danke für den Tipp, auf jeden Fall. Ja, kein Ding. Ich muss nur wieder gucken, wo der Buhu ist. Hast du vielleicht hier einer von den beiden? Habe ich Glück? Oh ja, wunderbar. Ja, der Buhu mag dich. Der ist immer in der Nähe. Das muss ich auch mal sagen. Direkt vor meinen Füßen. Ja. Ich besiege jetzt auch noch, weil du mit dem Weg stehst. Ja gut. Dann würde ich mal sagen, haben wir heute ja echt viel geschafft. Hier, was ich echt nicht erwartet hätte. Drei ganze Galaxien... Ne, zwei, komplett vervollständigt. Und dann fehlen, glaube ich, nur noch drei Stück, die wir dann vollständig machen müssen. Und dann... Ja, ist es tatsächlich soweit, dass wir bald dieses Projekt beenden können. Wahnsinn, auf jeden Fall. Galaxie komplett. Sehr schön. Gut. Nein. Aber dann würde ich mal sagen, danke fürs Zusehen. Danke auch an Annie, dass er dabei war. Vor allen Dingen wegen dem Tipp. Gerne. Schaut bei ihm auf jeden Fall vorbei. Link wieder in der Beschreibung. Und ansonsten noch einen schönen Tag zum nächsten Part von Neo Mario Galaxy. Bis dann und tschüss. Ciao. Oh, und wir kriegen noch Post von Peach. Aber... Hey. ...wird bestimmt derselbe sein. Oh, und wenigstens kriege ich jetzt immer mal wieder One-Up-Pilze. Aber nur einen. Ja. Ja, echt mal. Naja, gut. Bis dann und tschüss. Mhm.